Herzlich Willkommen bei einem neuen Vlog. Der Herbst ist da und es wird immer kälter. Meine Hände sind jetzt erstmal schon eiskalt und wir laufen jetzt ein bisschen rum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, das war, als wir das gefilmt haben, vor einer Woche. Jetzt haben wir also eine Woche Pause gemacht, eine Zwangspause, weil meine Stimme war komplett weg. Wir haben trotzdem versucht, was zu filmen und diesen tätigen Versuch, den zeigen wir euch jetzt mal. Wir haben ein Paket gekriegt, wo wir schon etwas drauf gewartet haben und ich glaube, ich weiß schon, was es ist und ich kann da jetzt auch raus ein kleines Unboxing machen. Erstmal hier muss ich gegen diesen Verpackungskram hier ankämpfen. Ich bin ein bisschen heiser. Ups, das ist jetzt aber auf. In dem Paket war Star Wars Battlefront 2 und die Elite Trooper Deluxe Edition. Also ich habe das Spiel schon gespielt und mir gefällt es sehr. Mein Papa konnte es noch nicht spielen, weil er krank war und im Bett liegen musste. Auf jeden Fall, mir gefällt das Spiel sehr gut. So, jetzt haben wir unser Spiel zu Hause mal alleine gelassen. Und wo sind wir jetzt? In einem Fass. Wir sitzen in einem Fass, tatsächlich. Das Fass ist hier in Bremen an der Schlachte aufgebaut und hat zum Glück bei dem kalten Wetter eine Heizung. Und man hat einen schönen Blick nach draußen und wir warten auf unsere Getränke jetzt gerade mal. Und ich kann noch mal erzählen, wegen meiner Heiserkeit, wo wir jetzt ja eine Woche bei YouTube pausieren mussten, dass ich sowas eigentlich noch nie hatte oder einmal vorher hatte, wo es auch so schlimm war, dass die Stimme weg war. Das war im Urlaub, in Amerika mal. Und auch davon haben wir dank unseres umfangreichen Videoarchivs einen kleinen Ausschnitt. Ja, obwohl meine Stimme nicht die allerbeste ist, wollte ich nur mal kurz sagen, dass wir jetzt hier in der Ortschaft Riffel sind, wo wir gerade bei Burger King gefrühstückt haben. Ja, wir sind also den ganzen Tag, den ganzen Tag ist gut, es ist gerade mal halb neun durch die Berge gefahren. Na ja, lassen wir das dabei und jetzt fahren wir wieder weiter. Ich weiß aber schon, was ich heiße. Ja? Etwas Warmes braucht der Mensch in der kalten Jahreszeit. Was ist passiert? Es war heiß. Es war nicht warm, es war heiß. Die Mutter der Deko ist weggeflogen, aber ist nicht schlimm. Da lege ich nicht so viel Wert drauf. Welche Deko? Ja, das Blatt. Die Petersilie wahrscheinlich, die ich sowieso immer weiterreiche. Danke dir. So, und für dich. So, bitte schön, guten Appetit. Danke sehr. Danke, Mama. Die Deko will ja Papa, ich will die Deko nicht. Du kriegst... Ach, weißt du, weil du so nett zu mir bist, kriegst du noch eine. Hier. Das ist gut für die Stimme. Du kriegst noch eine. Komm schon vor wie eine Kuh. Du bist ja auch eine. Ja, es ist leider wahr. In Bremen hat uns das Schiedwetter jetzt so richtig erwischt. Wir hatten schon keinen Sommer, dafür haben wir einen richtigen Herbst. Ich gucke hier raus aus dem warmen Fass mit der aufgepowerten Heizung hier. Ich sehe grauen Himmel, ich sehe Regenwetter. Die Bäume biegen sich ein bisschen, es ist windig. Und ich weiß, es ist relativ kalt draußen. Also richtig ungemütlich. Da ist es für uns... Ich kann immer nur eine Wetterfrage auf einmal beantworten. Stefan, tut mir leid. Ja, mir tut es auch leid. Also Siri ist das Dümmste, was einem... Also Alexa ist ein bisschen schlauer. Um diesen kleinen Feder zu beheben. Wo ist ein Stromausfall? Oder weil mir das Licht ja aus den Gang gerade. Hä? Halt schon so ein Sonnenbedarf. Ja. Und wenn man die Wand jetzt so angefließt, dann ist es so ein Stromausfall. Das ist ein Stromausfall. Und wenn man die Kinder auch so sieht, dann ist es wieder nett. Es ist ein nächster Tag. Wetter ist wieder heißer. Und man kann eigentlich nichts anderes machen, als drin zu hocken. Und ich bin jetzt auch drin und spiele Star Wars Battlefront 2 und spiele die Hop-Mission. Es gibt ja diese eine Hop-Mission. Manche haben das vielleicht in den Trailer gesehen, die das Spiele hier schon kennen. Auf jeden Fall spiele ich das erstmal jetzt und muss erstmal hier irgendeinen Weg füllen. So, ich bin dann jetzt angekommen. Ich muss jetzt erstmal... Ich habe jetzt gerade den Droiden gespielt und spiele ich diese Frau da. Also, die muss jetzt erstmal... Die ist jetzt gefangen in so einem... In einem Rebellen-Raumschiff und da müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Laut und deutlich, Commander Bersing. Genau zur richtigen Zeit. Okay, wir trinken. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlenen Imperiale nach nicht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Rebellen. Duide, öffne die Zettel. Also, da kann so Türen öffnen, das kleine Duide da. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier innen schnell raus. Alle Rebellen erstmal ausschalten und dann wird das irgendwie schon... Okay. Einfach schnell durchrennen, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so schwer. Also, ich mache es immer so. Ich renne schnell durch und dann bis hinter mir. Also, wenn ihr Schiff einfach sprengen soll. So, aber... Oh, haben wir davon eine Versammlung oder was? Ich verstehe so, aber... Ach, die Grafik ist aber der Hammer, muss man sagen. Erstmal eine Waffe nehmen. Müssen wir nicht immer mit der Faust durchschlagen. Ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Wir melden die Nachricht entschlüsseln, bevor wir die Wäsche. Ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Hm. So, erstmal Rebellen. Das wollen wir ausschalten. Hm. Was ist der Fuck? Wir sind alle da! Oh. Okay. Ist hier noch jemand? So, Halt, Stopp. Genug gespielt für diesen Vlog. Es reicht, obwohl das Spiel natürlich sehr zu empfehlen ist. Auch der Multiplayer-Modus, den ich oft spiele, ganz hervorragend gelungen übrigens. Und wir wollten uns auch nochmal entschuldigen, dass dieser Vlog jetzt nicht so interessant war wie sonst. Das Wetter hat nicht mitgespielt. Ja, es wird jetzt schon wieder dunkel draußen und der Tag ist gerade mal gefühlt angefangen. Und, ähm, ist ganz schwer für uns im Augenblick einen ganz normalen Vlog zu machen im Hause. Müssen wir aber wohl lernen. Ja, weil man kann eben nicht so viel drin machen, wenn es ein Vlog sein soll. Und der Herbst hat gerade mal angefangen. Und den Winter haben wir auch noch vor uns. Das kriegen wir schon hin. Aber in diesem Vlog hat es nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hoffen aber, dass es beim nächsten Vlog wieder so ist. Das hoffe ich auch, ja. Allerdings. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann, bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.